Wilde Risse, Schein- und Arbeitsfugen werden mit dem Gießharz U10 KR 416 kraftschlüssig und dauerhaft geschlossen. Dehn- und Bauwerksfugen dürfen natürlich nicht verschlossen werden. Arbeitsfugen werden zu Beginn auf etwa zwei Drittel der Estrichdicke aufgeschnitten. Bringen Sie dann im Abstand von etwa 30 cm Querschlitze an. Diese Querschlitze dienen der kraftschlüssigen Verbindung beider Estrichteile. Dazu werden jetzt U10 Estrichklammern eingelegt. Gemäß Verarbeitungsvorschrift wird das Gießharz angemischt. Zur Verarbeitung sollten Schutzhandschuhe getragen werden. Das Gießharz ist sofort gebrauchsfertig, sollte jedoch innerhalb von 10 bis 20 Minuten verarbeitet werden. Feinere Risse können direkt aufgefüllt werden. Für breite Fugen empfehlen wir Ihnen das Harz mit U10 Perlsand zu einer spachtelfähigen Masse anzurühren und mit einem Spachtel in die Fuge einzubringen. Abschließend ziehen Sie die Oberfläche mit der Kelle ab und streuen den bearbeiteten Bereich gut deckend mit U10 Perlsand ab. Nach circa einer Stunde Trockenzeit wird der Sand sorgfältig abgesaugt. Untertitelung des ZDF, 2020